Aha, wir brauchen einen Vogel. Ich hab da mal drauf geballert. Ja, oder, oder, ja, gut, vielleicht muss man drauf ballern, dann, damit die Symbole erstmal sichtbar werden und dann, oder? Ne, jetzt hab ich irgendwas verkackt hier. Aber wir brauchen zwei Vögel. Ne, ich glaub nicht. Ne, ne, ich glaub das ist irgendwie falsch, weil es hat eben rot geleuchtet, bis auf eins. Also rechts war richtig, alle anderen haben rot geleuchtet. Pass auf, ich schieße nochmal auf, Vogel. Siehst du? Zweimal dinks ist richtig. Ah, okay. Ach, jetzt müssen wir das, pass auf, wir müssen das Bild finden und danach die Dinger halt wechseln, bis es stimmt. Okay. Es gibt irgendwo ein Bild, was dann die Reihenfolge zeigt und wir müssen die Dinger halt so oft anschießen. Also ein Bild mit vier Dingern. Bild mit vier Ballen. Ach, Leute! Ja gut, wir müssen das Bild mit vier Dinger finden. Das ist ja nicht so schlimm. Hier kommen wir jetzt einmal so eine Welle mit Zombies an. Das kann man ja... Wir sollten nicht nur zu weit von dem Rätsel uns entfernen, dass wir... Hier oben sind Tränke, wer braucht nen Trank? Das sind zwei Stück sogar, ne? Okay, Tränke sind schon weg. Sorry Bros. Okay, dann gehe ich wieder zurück und schaue, ob es hier irgendwie das Rätsel des Lösungs gibt. Das mit Haltdrang ist doof gemacht. Ja, das ist richtig doof gemacht. Ja. Aber hier gibt's aber auch... Wir wollen hier noch nicht raus, das ist ja Blödsinn. Irgendwo finden wir das wieder. Wart mal ab. Das ist einfach... Das dauert immer ne Weile, bis unsere Traktor-Gehirne hochgefahren haben. Aber dann... Aber dann... Aber dann... Aber dann... Ich hab irgendwo muss an der Wand, das Bild sein. Ich mach mal... Ah, ist er kaputt. Ich hab jetzt Bock drauf. Oh, Alter, Alter, stört hier. Oh, Alter, stört hier. Das kann ja nicht weit weg sein, das Bild. Ja, vor allem, es muss ja irgendwie sowas sein mit Wellen oder den Pfeilen. Ah, hier ist es doch. Wo, 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 wo? Hier ist es. Hier, noch an der Wand. Auge, Vogel, Welle, Vogel. Okay. Okay, das kann man sich merken. Auge, Vogel, Welle, Vogel. Krass, da bin ich da vorbei gerannt. Ich hab das nicht gesehen. Ich bin von mir selbst enttäuscht. Also... Auge... Auge, Vogel, Welle, Vogel. Welle, Vogel. Halt. Entschuldigung. Welle, Vogel. Jawoll. Und das Schöne ist, jetzt sind ich im Markt dran. Wow. Okay, jetzt war ich zu gierig. Ich freu mich auf Trune, dann kommen hier die Affen entgegen. Ningen, ningen, ningen. Boah! Oh, Scheiße. Alle! Ich hab jetzt gebrochen jetzt. Das war doch meine Demitladung. Das ist Strange. Das ist Strange. Das ist Strange. Okay, also... Okay, dann fangen wir da auf Null an. Ja nice, ja nice. Geil. Wieder Gold. Scheiße, ich brauch mal hier so einen... Ich würde sie auf Handeln. Man kann ja nicht. Ich sammle es ja direkt ein, ist ja die Kacke. Ja, heute Abend kotzt mich ja auch an, aber... Also runter zum Portal. Helfen. Das heißt, wo fängt es jetzt beim nächsten Mal wieder an? Beim nächsten oder bei mir? Bei mir und Marc. Wir haben die Runde wieder komplett jetzt. Ihr seid ja wieder, du und Seilwickler seid ihr wieder durch, weil ihr jetzt jeweils wieder eine Tour bekommen habt. Und dann fängt es wieder bei mir und Marc an. Okay, ich wollte... Keine Ahnung. Ich wollte es nur sicher... Also zumindest... Laut meinem Gerechtigkeit. Glaube ich dir, glaube ich dir, glaube ich dir. Dann passt es. Sehr gut, sehr gut. Wenn nicht, hätte ich dich jetzt erschießen müssen. Ammunition. Ja hallo, ich muss kurz noch hier Munition aufsammeln. So. Ohhhh. Und jetzt hier noch am Feuerchen mal kurz... Oh, der feine Herr. Mein Fuß ins Feuerchen strecken und so. Okay. Jetzt... Jetzt komm ich zu euch. Und rückwärts auf Monstersteins. Ui. Ich bin bereit zu töten. Oh. Zack. Pass auf. Oh, oh. Spür meinen Fuß. Spür meinen Fuß. Was für eine Kräatur. Von hinten. Das. 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 Füßi Fuß. Okay. Hm. Wir sind bereit zu töten. Sieht doch da. Zwei. Hier. Hier ist der Hebel von mir. Sollte ich ihn drücken oder? Er mit dem Hebel. Ja. Leute, unten sind noch Rätsel ne? Nur so fünft. Achso. Ja. Nochmal ums umgehen. Zu spät. Dicke Glocke, sie schwingt und diese Schöpfel nach werden sich erheben. Har, har, har. Das grauen Spirat Tiberias. Oh, guck mal, ist der Boss, der Bossstreifen dabei, ja okay. Ja hoffentlich geht es da nicht weiter, wenn wir den Endboss haben, können wir die Rätsel nicht lösen. Ach scheiße. Ja, man kann schon mal noch zurückgehen, man kann schon mal noch zurückgehen. Ich hab mal eben diese Töpfel zu schlagen, das haben wir noch nicht. Wo ist denn der Boss? Hier, er kommt da zu uns. Ach. Das ist sehr geil, wir drei hier oben stehen jetzt Altillerie und machen es alle nieder. Pass auf, komm hoch, komm hoch. Oh Gott, oh, oi. So gemütlich würdest du das auch nicht bleiben? Das ist eine sehr coole Position. Das ist der Boss, das ist der Boss, das ist der Boss. Der Boss ist da. Panerang. 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 Headshot. Eingefroren. Damn. Headshot. 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 Und der Boss. Au, jetzt ist er sauer auf mich. Au, au, au. Er ist sauer auf mich. Ich komme nicht weg. Ah, ach da. Oh Gott. Wow, 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 wow. Ich bin unten, ich bin unten. Tango. Ich lasse eine Granate liegen. Beziehungsweise Dynamit. Ah, au, ah. Nein, doch, ah. Ich weiß gar nicht wohin, Alter, es ist ja überall. Wau, au, au. Helder, helder, helder. Ah, là. Ich kann besser lachen, als es der Boss kann. Sagt sich, wer ist hier der Endboss? Ich brauche eine Aktion. Ich brauche eine Aktion. Biete helfen. Scheiße, wo ist die Aktion? Scheiße, Scheiße, Scheiße. Alter, Boss ist weg. Ich brauche Position. Nein, das war die. Jetzt stoppt meine Katze. Heal Potion weg. Das geht's doch nicht. Ich helfe bitte. Ich kann nichts machen. Ich kann nicht mehr weg. Spür meinen Fuß. Spür den Zorn. Ich habe einen Haltdrang entdeckt. Ich bin cool. BAM! 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 OH! Ich bin mittlerweile im Slow Motion, wardes. Ich glaube, ich bin gleich tot. Alle! Wow. Hektisch, hektisch. Also, wenn ich etwas beanschlagen darf, dann wäre gerne die nächste Heal-Poche für mich. Oh, da hinten ist Munition. Da ist Munition. Oh, Munition. Ammonition. 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 Gibt es jetzt noch Rätsel? Ja, ja, hier. Siehst du doch. Hier in der Tür, oder? Ja, ja, ja. So, und da oben ist ja von Marc das Gesicht. Und hier unter sind drei so eine Glocken. Schieß mal an. Gleich richtig, oder was? Nein. Weiß nicht. Nein. Ich schicke nicht. Ah, hast du gesehen? Erstmal rechts, okay. Das haben wir jetzt gelernt. Dann links. Nee. Ja, aber dazu muss es ja auch einen Hinweis geben. Hast du gesehen? Jetzt ist es aber vorbei, oder? Nee. Nee. Hey, da oben läuft es was rot hier. Was war? Wo, wo? Was war das jetzt, ey? Ja, Talos. Marcel, wir haben doch gesagt, nicht kämpfen vom Stream. Entschuldigung. Ah, verdammt. Da ist was rotes Licht. Natürlich. Hä, da ist doch nichts. Doch, sieh doch hin. Da oben ist auch immer eine Glocke. Warte mal. Okay. Hä? Wo ist die Glocke? Darf ich das mal sehen? Hier bei mir oben. Hier oben bei mir. Okay, warte mal. Na ja. Vielleicht hat er auch damit zu tun. Keine Ahnung. Ringsrum. Okay, weiter, 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 weiter. So. Und wie ist das? Okay, schau ich... Achso, du meinst wirklich die Glocke? Ja, ja, vielleicht hat er es auch damit zu tun. Keine Ahnung. Okay. Ne, gut, zum Beispiel. Aber vielleicht sind noch mal drei kleine... Was ist das? Hä? Was ist das? Irgendwas passiert hier. Okay, die Höhle bricht... Komm, auf diese goldenen Dinger. Da kannst du schießen. Da, diese goldenen Steinzapfen von oben. Achso. Hä? Stimmt nie. Ja, ja, kann man... runterfallen lassen. Gut, das hätten wir mal wissen sollen, wo wir gegen acht Millionen, die hier gekämpft haben. Äh... Hä? Äh... Ich... Hä? Das check ich irgendwie nicht. Also, ich bin tatsächlich mit dem... Ich weiß gar nicht, ob das... Vielleicht ist es ja auch gar kein Ditzel, aber es muss ja ein Ditzel sein. Oder? Wenn den drei Glocken... Glaube ich schon. Glaube ich schon, nachdem hier eine Glocke ist und so. Ja. Da ist noch eine Katze, glaube ich. Hast du ein Miao gehört? Ne, aber trotzdem war da was. Über der Glocke habe ich gerade erschossen. Golder Schein. Ein Tier. Tja. Wie klingt denn die große Glocke? Ja, die klingt so. Warte mal. Ich habe jetzt nichts gehört, weil... Ja, das... Ja, nochmal. Hä? Klang! Um das mal so... Wieder zu geben. Klang! Super Klang! Ne? Oh, ich bin... Glocken-Imitator. Keine Ahnung, was das soll. Das geht bestimmt auf mit den Glocken. Mit Glocken geht einiges auf. Na, holler, die Wallfegen. Swinkert, Swinkert, Swinkert. Okay, okay. Vielleicht muss man abwechselnd die Kleinen und die Großen schießen. Hey, ich habe die Lösung. Pass auf. Wir müssen... Ich bin gespannt. Jeder... Jeder... ...muss eine Glocke anschießen. Vielleicht darf man nicht alleine alle drei anballern. Ach, es gibt nicht die Glocken? Und wenn wir vier Mann sind, drei Glocken, das... Okay, ist auch dämlich. Ja, aber... Wo wären denn noch andere Glocken? Warum leuchtet der Kram überhaupt rot, wenn man da drauf zielt? Ach, das ist bei allem so, wenn du... Ach so. ...was anzielst. Okay, pass auf. Aber da muss noch was... Da muss noch was sein. Ich, ich, ich... Ich lasse den Archäologen-Skill walten, aber... Ich glaube, man... Warte mal. Ich glaube, man muss nur die eine Glocke anschießen. Ich glaube, man muss erst die Große anschießen und da danach die Kleine. Aber guck mal hier jetzt. Ich weiß, ob das ein Fehler ist, aber es brennt jetzt was hier am Kreis. Siehst du das da oben? Neben dem Skelett? Ist das bei euch auch? Ja. Ja, ich sehe es, ja. Das hat auch was zu bedeuten, oder was? Ja. Guck mal, jetzt ist die Flamme weggegangen. Okay. So, da brennt sie wieder. Siehst du? So, jetzt machen wir mal andere. Oh, ja. Jetzt haben wir schon zwei gebrannt. Oh, okay. Nochmal. Warte. Rechts, links, Mitte. Jetzt musst du bloß noch... Jetzt musst du bloß eine anschießen, dass das zweite leuchtet und noch eine dritte in der richtigen Reihenfolge, dass das dritte leuchtet. Ne, das war ja falsch. Ist doch falsch. Also nochmal. Rechts, links, Mitte. Brennt. Nochmal Mitte. So, jetzt brennt zwei. Jawohl. Und jetzt musst du rausführen... Links mach ich mal. Okay, brennt drei. Mitte vielleicht. Scheiße. Oh, also merkt euch, merkt euch das jetzt. Rechts, links, Mitte. Nochmal Mitte. Mitte war falsch. Nochmal Mitte. Doch, dann rechts. Ne, rechts war das nicht. Okay, okay. Rechts, links, Mitte, Mitte. So, dann links glaube ich wieder. Ja, genau. So, nochmal links. Was für ein Scheiß. Ne, da ist es ja kaputt gegangen. Jetzt müssen wir überlegen. Links hat nicht geklappt, aber jetzt einmal rechts. Genau. Okay, ist auch scheiße. Also nochmal eins, zwei, sack. Nochmal Mitte und links. So, drei. Nochmal Mitte dann, oder? Nee, jo. Nee, auch nicht. Hä? Hä? Okay. So. Also, haben wir das alles gehabt danach? Boah, das machen wir nochmal links. Irgendwie schon. Okay, guck mal. Oh. So, drei noch. Ja, zwei noch. Nee, eins noch, warte mal. Eins noch, ja. Eins noch, eins noch, ja. Rechts. Oder? Wir waren jetzt die Reihenfolge bisher rechts, links, Mitte. Mitte. Links. Ich gehe drauf rechts. Ja. Wow. Ja, ja. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ich hab aber schon einen Stein, wenn einer will, kann er den Stein haben hier. Guck mal, hörst du das? Das ist doch mal Teamwork. Und Marcel lässt gar nicht streiten, er holt sich das Ding einfach. Gut, dann fängt es wieder bei mir an. Aber das bringt ja eh nichts zu steigen, glaube ich, oder? Ich kann damit ja keiner schießen. Nein, nein, der Stein ist schon sehr special. Ja, ja, ja. Auf deine Waffe kannst du den Stein draufsetzen. Ach so, wusste ich noch. Naja, das sind die Super-Buffs sozusagen für deine Waffe. Das ist das Wichtigste in diesem Spiel überhaupt. Ja, in der Tat. Das ist das Einzige, was irgendwie den Fortschritt gibt. Nein, das ist sinnvoll hier in dem Spiel. So ist er. So, und jetzt kommen wir jetzt, wie kommen wir jetzt hier raus? Ähm. Ich glaube, es ist schon durch den. Die Glocke. Nee, oben war doch bei der Glocke. Was ist das hier überhaupt? Hier ist auch noch irgendwas. Oben war doch so ein Stein. Was ist das denn? Da ist einfach so was. Hä? Was ist das? Ich weiß nicht. Ich folge dir einfach. Ich bin, ich bin gerade, also mit Glocken und Dingern bin ich jetzt gerade übersättigt. Also wir müssen wieder hoch. Wir müssen wieder hoch, da wo die Glocke war. Glaub ich. Okay, wo war die Glocke? Ich laufe ja im Moment her. Zwischendurch, sag ich einfach mal. Oh, die verfluchten Höhlen. Wir erscheinen, es schien gut zu sein. Ich bin wieder runtergefallen, ich Idiot. Warte mal. Was sitzt da oben? Da war doch nichts. Da war doch oben eine Strecke. Hä? Ich komme jetzt nicht zu euch. War da nicht so ein... Und? Ja doch, ich glaube ihr seid schon richtig, aber wie komme ich jetzt nicht zu euch? Einfach runter hier. Unten rum. Achso. Achso. Ach. Achso. Okay, der einfache Weg einfach. Einfach hochdorupfen. Okay. Oh. Ja. Hier ist wieder irgendein Rätsel. Hier ist ein Rätsel. Genau. So. Ähm. Frage ist jetzt natürlich, was wollen die von uns? Da unten ist irgendwas blau. Warte mal. Nee, da muss man irgendwas anschießen, damit der über der Tür das Ding aufgeht. Irgendwo ist wieder so ein... Hui. Jesus. Special effect. Auf was ballen denn da? Keine Ahnung. Nicht springen. Diese blauen Steine müssen wieder zusammengeführt werden mit Energie. Die, ähm, reloading hier. Ah ja, ich verstehe ihn. Au. Ja, ja, ja. Ich mach mit, Marc. Ich mach mit. Oh. Endlich wieder Leben. Hilfe. Von die Gorde. Hilfe. 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 Multi-Pass. Multi-Pass. Was ist denn das für eine Scheiße? Liebe. Äh. Au. Was ist denn? Hey, jetzt kommen wir... Jetzt kommen wir Scheißgelder. Friss mal. Pust. Was ist jetzt los? Was geht denn hier ab? Was geht denn hier ab? Was geht denn hier ab? Nein. Wo ist denn jetzt hergekommen? Glorious. Au. Okay. Okay. Wenn ihr Krieg wollt, dann werdet ihr den Krieg bekommen. Eher wird diesen Krieg nicht überhauen. Miao. Ich hab Miao gehört. Ich hab Miao gehört bei mir. Okay. Ja, ja. Ich hab's Kappen geschossen. Hast du's schon? Ja. Vorsicht. 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 Ich werde was aufstrengen. Gut, 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 gut. Gut, 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 gut. Oh, Lotusblütenrelief. Toll. Was fang ich jetzt damit an? Keine Ahnung, ich hab auch so komische Sachen schon. Oh, was ist das hier? Ein Auge leuchtet. Ohm. Machen. Okay. Komm wieder zurück. Oh. Oh. Uh. Eine Truhe ist hier. Wer will. Ja. Du. Du. Du, Marc. Du, Marc. Danach. Der Paul. Und danach. Oh, ein Stein schon wieder. Ey, 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 ey. So ein Scheißstein. Komm, verdammt eine Fickscheiße da. Ebay, Ebay. Edelstein. Da bist du jetzt die Scheiß. Was noch am Glauben hier? Scheiße, kein Stein. So. Zum Kotzen, zum Kotzen. Oh. Ja, das ist halt so, ne? Bei, äh, Pay to win scheiße. Oh, hier, bei, bei, bei Marcel ist die ja vor der Tricky Weg, oder was? Ah. Da rennt es gar rein. Da rennt es gar rein. Geiler Scheiß, geiler Scheiß, geiler Scheiß. Hier ist aber nix, oder? Ne, ja. Nun. Ach, dieser. Blaues Stein. Sieht von etwas aus, an dessen Ende wir nicht geglaubt haben. Oh. Hm. Oh. Hä? Was war das denn jetzt? Hi. Was war das denn? Oh. 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 Du musst jetzt da oben auflenken, auf das blaue Ding da an der Wand oben. Ja, genau. Ich schaffe dir mal meinen Strahl in eine Kloschüffel zu lenken. Ach so, nein. So, nein. So, nein. Ja, ich hab auch einen Stein. Also, nachdem ihr euren Strahl ausgerichtet habt, hätte ich hier noch zwei Schatzthronen. Also, eine habe ich ja geknackt. So, jetzt bin ich ja durch. Jetzt fängst du ja wieder von vorne an. Flo. Flo nicht, ne? Okay, gut, dann nehme ich natürlich die Große, ausnahmsweise mal. Voll wieder Gold drin! Natürlich! Scheiße! Fick ich doch, du Scheiß-Schatz-Ruhe! Fick ich doch! Hilfe! Fick, Fick! Hilfe! Hilfe, Flo! Mann, ey. Das ist natürlich ärgerlich. Hipp, hipp! Oh, das ist so ein Stein. Oder? Hast du es aufgefallen? Ah, jetzt läutet es blau. Hier war das, oder? Ja, ja, guck mal, aber jetzt läutet es blau. Jetzt habe ich dagegen geschossen. Es geht auf! Okay, die nächsten. Die nächsten, Marcel, Alter. Jo. Warte noch, ja. Mark, groß oder klein? Komm in die rein. Ich mag die da, da ist ein Stein drin. Lass mich doch am Arsch! Lass mich doch am Arsch! Wegen der Statue. Lass mich doch am Arsch! Ne, Gold. Steinschere, Papier. Hey, Vase! Fress mein Fuss! Fress mein Fuss! Kommt mit, kommt mit! Sorry, Marcel. Ich muss sehen, wie tief das da runter geht. Einfach so, Schubs! Da waren wir doch schon. Äh, 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 oder? Kannst du mal kurz schon nachschauen? Kannst du mal kurz nachschauen, wie tiefs da runter geht? Ich helfe dir auch. Bei der Überquerung. Bei der Überwindung. Bei der Überwindung. Mein Gewehr hat jetzt schon zwei, komisch eine. Hälfen bitte! Hehehehehe. Hälfen bitte! Hälfen bitte! Nein, gingen! Füüüü! Füüüüü! Füüüü! Lope, lope, lope! Ich will helfen! Füüü! Fuh! 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 Der ist noch ein Ding, der ist noch ein Ding! Die ist noch ein Ding, der ist noch ein Ding! Der ist noch ein Ding! Füüüü! Fuh! 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 O, ich helfe mir geht noch ein Ding! Fuh! Nyea! Da! Ja, normal. Ja, ja, ja. Jawoll. Huh. Dieser Witz. Puh, okay. Das beruhigt. Immer sammelt er Floß ganze Gold. Hallo, ich hab grad ganz die scheiß Arschmüchser-Skelette-Fank gemacht. Du bist der Goblet. Ich bin noch einer. Da, friss den Fuß. Friss den Fuß. Fuß und Schädel. Hier ist alles. Hier ist noch Truhe, Truhe, Truhe. Wer braucht Trank? Wer hat noch nicht? Ich brauch keinen Trank, alles gut. Okay, dann fang ich wieder neu an. Dann fang der Truhe hier hinterm Tresen. Flo. Ja, ist wieder Gold. Ja, ja, ja. Oh, oh, oh. Au. Es war nur... Es war doch nur Scheiße drin. Was ist denn das hier für ein Fick? Dann nimm halt noch mal eine Truhe. Komm. Nimm noch mal eine. Warte, nimm die hinter der Truhe hier. Es geht schon. Ach, die ist weg. Also ich würde auch jederzeit... Ich würde auch jederzeit mit einer Truhe eintauschen gegen einen... ...Kristall, ...den man verwenden kann. Mensch Flo? Du schießt so gut, du brauchst keinen Kristall. Denk dir auch daran, hier mal Krepel einzusammeln und so. Ich meine, da liegt so ein Kristall, ne? Hier, also hier so ein Seelending. Ja, sehr gut. Marcel hat es wenigstens verstanden. Marcel versteht viel. So viel. Wir müssen da was machen. Aha. Ich würde sagen... Wollen wir kurz eine Minute unterbrechen? Geht das? Ja, das können wir machen. Da bin ich auch dafür. Äh, nachdem hier kurz der Raum gekleert wurde, weil... Ne, ja. Wir brauchen jetzt mal. Erstmal wird gewägt. Füß! Füß! Wo? Söy! Superfähigkeit für nichts! Wow! Ui! Was geht denn jetzt ab, du? Krass, oder? Das war ich. Hey, who is all the way? Super! Seitdem ich 20 Jahre lang verarscht? Hau auf! Hey Leute, hier sind Feinde! Feinde und Freunde zugleich! Oh, ich verlauter... Ich seh nix mehr, verlauter... Grafik! Ähm, 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 ähm... Da liegt ein Halt dran! Den kann er auch ruhig einsammeln! Nimm ihn, nimm ihn! Nimm ihn, nimm ihn! Ja, geiler Scheiße, ich darf ihn wirklich aufsammeln! Geil! Dafür nehmen wir den Stein in der Tor! Wer war denn jetzt überhaupt dran? Äh, Flo, dann kommt Marcel wieder! Marcel, Marcel, Marcel! Und? Was soll das denn? War nur Gold! War nur Gold! Sag, dass es nur Gold war! Sag, dass es nur Gold war! Sag, dass es nur Gold war! Ich hab doch gerade erst... 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 Ich hab doch gerade erst das Leben eingesammelt! Warum macht der mich jetzt schon wieder... Ach so, hatte ich jetzt auch noch... So, okay! Hier ist Most 1! Hier können wir... Pausieren! Rasten! Kurze Pausieren! Noch eine kurze Campingpause! Also Leute, ich bin gleich wieder kurz weg und der Uwe kommt auch mit! Ja! Uwe, er dreht sich alles! Irgendwo er dreht sich alles! Helfen! Wir machen die Pause und sind gleich wieder da! Back for good! Back for good! Na! 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 Hahaha!